So, dann einen wunderschönen guten Morgen da draußen an alle. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal ein richtig, richtig cooles Interview machen darf mit einer ganz tollen und zudem auch sehr, sehr erfolgreichen Frau aus der Network-Marketing-Welt. Ich begrüße heute die Helena Löwenstein. Hallo Frau Löwenstein, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen Herr Schlösser, guten Morgen, liebe Zuhörer. Schön, dass ich heute das ja hier mal machen kann. Ich bin so ganz gespannt, was mich so erwartet. Ja, klasse, wir waren ja beide ein bisschen aufgeregt. Wir haben ja gestern mehr oder weniger oder jetzt vor dem Interview das erste Mal so ein bisschen länger telefoniert und haben eigentlich noch gar nicht so viel gewusst voneinander, beziehungsweise das ist ja jetzt wirklich wie ein Blind Date. Ich habe gesagt, das ist alles cool, wir lassen den Kahn einfach laufen und philosophieren einfach ein bisschen über Network-Marketing und über ihren Erfolg und das würde ich jetzt einfach so machen. Ist das okay? Ja, klar, kein Thema. Na super. Vielleicht auch am besten. Klasse, klasse. Wo muss man Sie einordnen? Ich weiß ja nicht mal, wo Sie gerade sitzen, also dass Sie in Ihrem Büro sitzen, weiß ich, aber aus welcher Ecke von Deutschland senden Sie gerade? Stimmt, stimmt. Ja, Südwesten, also in der Nähe von Stuttgart, sage ich mal so. Hört man vielleicht ein bisschen auch das Schwäbische heraus, aus dieser Ecke. Aus Bodelshausen ganz genau, wenn das jemand was sagt. Okay. Ich kenne es nicht, aber ich werde es nachher mal googeln. Okay. Da sind wir gerade bei einem coolen Thema, cooles Stichwort Südwesten und Stuttgart. Bevor wir das Ganze Persönliche machen, gleich mal eine ganz direkte Frage. Gibt es Regionen, in denen es besser läuft in Deutschland? Also ich höre zum Beispiel immer, Baden-Württemberg und Bayern ist cool, weil die Leute mehr Geld haben. Können wir das bestätigen? Jein, sage ich mal. Ja gut, jein, wirklich jein. Also ich habe überall Strukturen eigentlich, auch im Norden Deutschlands, natürlich hauptsächlich tatsächlich im Südwesten. Klar, weil ich ja auch hier irgendwo lebe und wohne und hier auch aufgebaut habe. Aber ja, ich sage mal, jein. Irgendwo schon, aber ich denke mal, es gibt auch überall Menschen, die Lust haben auf mehr und mehr Erfolg. Und ich habe ja auch welche, die wohnen nicht hier und sind auch erfolgreich geworden. Also somit kann ich es jetzt nicht 100 Prozent unterstreichen. Aber vielleicht ist was dran, kann sein. Okay, kommen wir vielleicht am Ende nochmal dazu. Die Strukturen gehen ja mittlerweile auch weit in den Osten, nach Russland, nach Kasachstan, Ukraine oder ich weiß nicht genau, wo sind Sie überall unterwegs? Kann man das vielleicht kurz anreißen? Ja, also hauptsächlich Russland, wenn durch da ganz starke Strukturen. Russland, dann natürlich in Kasachstan, da bin ich ja auch gebuttig, wenn ich das schon mal verraten darf. Auch da natürlich in meiner Heimat ein bisschen was gemacht und Ukraine natürlich auch, genau. Und ansonsten Europa, so Griechenland ein bisschen, Spanien ein bisschen, Holland jetzt seit Neuestem ein bisschen und Deutschland natürlich. Aber Russland definitiv, absolut die stärkste Linie. Wow, okay. Ach, Russland ist die stärkste Linie, nicht deutschsprachig? Nein, nein. Mittlerweile ist es, also wenn man es mal vergleicht, halb ist Deutschland und der Rest und genau die Hälfte ist wirklich definitiv Russland. Das ist schon Wahnsinn. Wow. Außer viel zum Thema, wo Geld verdient wird. Also Baden-Württemberg und Bayern kann man in Russland ja nicht wirklich sagen, da verdienen die Leute im Schnitt, keine Ahnung, lass es 300, 400, wenn überhaupt Euro pro Monat und sind trotzdem so erfolgreich. Und die Produkte sind dort nicht günstiger als in Deutschland. Das ist für mich immer paradox. Kostet dasselbe? Dasselbe, wenn nicht sogar teilweise etwas mehr durch die Verzollung und so weiter. Und das funktioniert trotzdem. Na gut, jetzt könnte man wieder mutmaßen, vielleicht haben die Deutschen aktuell ein bisschen mehr Geld zu konsumieren, also vielleicht im Produktbereich und vielleicht sind die Russen, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen hungriger, weil für die ist das ja Neuland noch so ein bisschen die Branche, oder? Ganz klar, also nicht wirklich neu. Network Marketing ist dort wesentlich bekannter als in Deutschland, das kann ich bestätigen. Ach was. Aber ja, definitiv, da sind die viel, viel weiter. Aber was jetzt halt hier natürlich vieles ausmacht, made in Germany. Und das made in Germany ist in Russland Gold. Also egal was, Hauptsache made in Germany ist natürlich der eine Faktor, warum das wirklich so super zieht. Und ich glaube, das Zweite, ja, was ich immer so sehe, die haben einfach kein Sozialamt, sage ich mal, wo sie hingehen können und sagen, ich kann nicht, ich habe nichts, bitte unterstütze mich. Da muss jeder wirklich schauen, wo er bleibt. Das heißt, da müssen die echt gucken, wenn sie überleben wollen, müssen sie kämpfen. Egal wie. Und dann tut wirklich jeder sich an den letzten Strohhalm hängen. Hauptsache verdient irgendwie Geld. Also da ist mit Sicherheit viel dran. Deshalb sind die auch hungriger oder einfach eine Chance sehen, nutzen sie die und machen da was draus. Definitiv. Also da ist, das ist, glaube ich, das Hauptsächliche, warum das so super funktioniert. Plus natürlich, klar, made in Germany, top Konzept und so weiter, natürlich auch nicht unwichtig. Wow. Ja gut, die wissen wahrscheinlich dann auch, die können es sich einfach auch nicht leisten zu versagen. In Deutschland ist ja dann, ich sage das immer so, ich wünsche das niemandem, aber so wirklich schlecht geht es ja niemandem. Selbst wenn du Arbeit verlierst oder wenn du irgendwas anderes, die soziale Hängematte ist ja doch noch recht, recht dicht gestrickt. Die Maschen sind ja nicht so groß, dass man durchfällt. Natürlich gibt es auch immer mehr Leute, die an Altersarmut leiden oder wenn dann gesundheitlich irgendwas ist. Aber in der breiten Masse ist es in Russland wahrscheinlich noch eine andere Liga, oder? Ja, definitiv. Noch viel, viel schlimmer, ganz klar. Da ist ja fast nichts geregelt. Gut, jetzt hoffe ich in den nächsten Jahren. Es wird immer besser, natürlich, aber bei weitem nicht, bei der Bevölkerungsdichte natürlich fast unmöglich, dass da irgendwie in den nächsten Jahren sich da was richtig geregelt oder dass da was geregelt bekommen. Das ist natürlich wirklich ganz anders, wirklich ganz anders. Aber trotzdem, die Menschen sind positiv, das ist ja das. Manchmal hat man nicht viel, aber was ich da wirklich so super finde, einfach diese Einstellung, wirklich zum Leben, Hammer. Also die sind so positiv, trotz allem, wo ich denke, mein Gott, was man da so sieht. Da denkst du ja wirklich, uns geht es ja hier super prima. Also wir haben ja echt, wir jammern ja am hohen Ast. Aber das fasziniert mich jedes Mal da drüben. Also es ist wirklich Überlebungskünstler, nenne ich die immer. Also es ist unglaublich. Unglaublich. Ja, wenn Sie das jetzt so erzählen, das erinnert mich so ein bisschen so an die Geschichten. Es ist immer wieder dasselbe. Für diejenigen, die oftmals nichts oder wenig haben, die machen aus wenig Gold oder machen immer noch das Beste draus. Und wir jammern, wenn wir mal am Wochenende keinen Ausflug machen können, weil das Wetter nicht schön ist. Ja, zum Beispiel. Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, schön. Ich will natürlich den Zuhörern auch so ein bisschen verraten, wen wir da heute hier im Gespräch haben. Ja, weil Sie sind ja nicht irgendwer, sondern man kann das einfach sagen, Sie sind innerhalb von Ihrem Partnerunternehmen, kann man das so sagen, die erfolgreichste weibliche Führungskraft, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall mal als Frau, genau, nicht als Bärchen, sondern als wirklich Frau, die erfolgreichste. Also auch von der Hierarchie her, ich beziehe das jetzt mal auf die Position, okay. Genau, genau. Okay, und da kann man auch sagen, es ist Deutschlands größtes Network-Marketing-Unternehmen meines Wissens, wobei das ja immer so ein bisschen Auslegungssache ist, aber was die Zahlen betrifft. Und das bedeutet, also wir haben heute jemanden top, 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 erfolgreichen da und ich freue mich auch, dass das geklappt hat, weil Sie waren ja auch nicht leicht zu kriegen. Ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen. Alles ist gut. Alles ist gut. Frau Löbenstein, wie lange sind Sie denn dabei jetzt und wie ging es denn los? Also vielleicht kurzer Abriss, wie lief das so bei Ihnen? Heute sind Sie erfolgreich, können eigentlich sagen, ich habe fast alles geschafft, aber es ging ja irgendwann mal los mit der ganzen Geschichte, oder? Ja, klar. Ja, gut, das war vor 17 Jahren, auch schon so lange her, aber es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Genau, also wie kam es überhaupt dazu? Mehr oder weniger per Zufall. Also ich war ja wirklich total woanders tätig und Network-Marketing nicht wirklich gekannt und ja, eines Tages eben, die Geschichte ist ja bekannt durchs Internet, bin ich halt von meinem McDonalds abends essen gewesen und ja, eine wildfremde Dame kam auf mich zu. Natürlich am besten Ort, wo man Geschäfte machen kann, nämlich auf einer Darmtoilette und hat mich wirklich auf das Konzept angesprochen gehabt. So war eigentlich der Anfang. Tatsächlich? Da bin ich in diese Geschichte reingeraten, richtig, tatsächlich, also definitiv Wahrheit entsprochen. Es ist echt verrückt, aber so war der Beginn. Ich liebe das. Ich liebe das deswegen, weil ich sage mal, ich kann ja auch, wie soll man sagen, ich sage immer, ich kann wirklich nicht viel, aber ich will sagen mal, fremde Leute in der Öffentlichkeit auf Geschäftsideen ansprechen, das habe ich halt auch gelernt. Und auf einer Darmtoilette habe ich jetzt noch niemanden angesprochen, aber das hat was damit zu tun, weil ich halt ein Mann bin. Genau. Also es ist so ein richtiger, cooler, klassischer Direktkontakt, oder? Ja, ja, also ich habe jetzt im Nachhinein auch erfahren, wie das überhaupt kam, weil warum das jetzt auf der Toilette passieren musste. Und da hat sie mir die Dame, die Berichte, die hat mich beobachtet, also ich bin ihr, glaube ich, schon vorher aufgefallen. Und dann hat sie mich beobachtet und wusste nicht so recht, wann sie zu mir gehen soll. Und dann hat sie gesehen, ich bin aufgestanden und die hatte Angst bekommen, dass ich gehe. Und dann ist sie natürlich auch spontan hinter mir und natürlich, klar, es blieb nichts anderes übrig, es heißt mir zu folgen und ich wollte eigentlich nur auf die Toilette. Und deshalb eben weiß ich jetzt, warum das eben da passiert ist, weil da einfach sie echt Angst hatte, irgendwie mich zu verlieren oder keine Ahnung. Und deshalb wirklich ein klassischer Fremdkontakt. Herrlich, weil immer wenn ich so Sachen erzähle oder so auf Seminaren, da wird immer so nett drüber gelacht. Und die Leute lachen eher aus Anstand, weil sie es sich einfach nicht vorstellen können, aber es passiert tatsächlich an den ungewöhnlichsten Orten. Können Sie noch sagen, was sie damals gesagt hat, weil das ist ja doch... Ja, ja, also ich meine, ich kann mich jetzt nicht zu 100 Prozent so genau erinnern, aber ich weiß nur, dass sie mich gefragt hat, ob ich aus der Kosmetikbranche komme, weil wir waren halt gestylt, damals 22, jung, wir wollten eigentlich in eine Disco und davor sind wir halt, wie das immer so ist, essen gegangen. Und da hat sie mich, glaube ich, sie gefragt, ob ich aus dem kosmetischen Bereich komme. Und da habe ich, glaube ich, geantwortet, nein, nicht wirklich, warum? Ja, weil sie da irgendwas Interessantes für mich hätte und mich so super findet. Irgendwie Komplimente, Komplimente und mehr weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ich weiß nur, ich habe echt mich geschmeichelt gefühlt, klar. Das hat mir natürlich gut getan und ich habe ihr echt meine Nummer gegeben und das war es. Und ich habe sie irgendwie auch total, ich meine, ich habe sie ja gegeben, wir sind weiter und ich habe sie vergessen. Das war irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Das war ganz interessant. Also so die Richtung. Und was haben Sie damals beruflich gemacht? Also ich war damals, ich hatte eigentlich zweierlei Schienen. Ich bin schon damals doppelt gefahren. Also ich bin eigentlich selber Beamtin gewesen in der öffentlichen Verwaltung. Halleluja. Also nichts mit Network Marketing, weil viele Leute denken ja auch immer, ich habe es vorher studiert. So ein Blödsinn. Ich hatte eigentlich nur mit Krankenhausfinanzierungen zu tun gehabt und mit Jugendbildung. Ich hatte zwar 85 Millionen zu verwalten, aber die waren ja nicht meine. Das konnte ich schon vorher. Und eigentlich nebenher, das war so damals eigentlich wirklich 99 mein Leben. Das war mein Nebenjob. Ja, weil ich einfach viel mit Schönheitswettbewerben zu tun hatte, Modeln. Das war eigentlich so mein Ding. Und deswegen, ja, hat sie vielleicht auch da schon ein bisschen getroffen, weil sie mich ja gefragt hat, ob ich aus diesem kosmetischen Bereich komme, aus dem Schönheitsbereich. Irgendwie sowas. Das war so eigentlich mein Job damals oder meine zwei Jobs. Genau. Ja, fein. Und dann vergessen die Dame und irgendwann kam der Anruf. Jawohl. Genau. Das war echt cool. Dann rief sie mich, glaube ich, zwei Tage später an. Okay, die und die, alles klar. Ja, dann wollte sie mit mir halt den Termin machen. Und dann habe ich den Termin auch gemacht. Aber keinen Bock drauf gehabt und habe ihn wieder abgesagt. So war der Anfang. Und also das ist im Prinzip die, ich muss da immer so lachen, alles im Leben kommt zurück. Na, bei Ihnen sind ja bestimmt auch schon ein paar Interessenten abgesprungen vom Termin. Genau. Und deswegen sage ich auch den Leuten, ich bin das beste lebende Beispiel. Man muss einfach dranbleiben. Ich wollte auch nicht. Ich habe wirklich eine Notlüge. Ich bin jetzt einfach total offen und ehrlich. So war es einfach. Ich bin, also ich erfinde jetzt echt nichts. Ich habe echt keine Lust gehabt. Ich kannte die nicht. Und denke, was will die von mir eigentlich? Bin ich doch glücklich. Ich habe doch alles, was ich will. Und dann habe ich dann irgendwie eine Notlüge erfunden, dass ich einfach da keine Zeit hatte. Und habe sie auch angerufen. Aber die Dame war richtig gut. Die hat natürlich nicht gesagt, naja, alles klar, schade. So was ja die Masse machen würde. Sondern die hat dann gemeint, ja, kein Problem, macht ja nichts. Aber wir können ja gerne nach dem zweiten Termin gucken. Oder nach noch einem Termin irgendwie so in diesem Drehrum. Ja, und dann haben wir natürlich noch einmal einen Termin ausgemacht. Und ja, da ich ja so nett bin und ja, ich konnte dann einfach nicht mehr absagen. Und er hat dann auch so ein bisschen, also eher aus Pflichtbewusstsein hingegangen. Genau, richtig. Oder die kam dann zu mir. Genau, sowas. Also den Termin hatten wir bei mir zu Hause dann gehabt. Mann, das ist ja spannend. Ja, das ist ja, ich glaube, das ist auch das, ich sage das oft, wenn wir heute zehn Leute haben, ist ja klar, dass wenn wir mit zehn Leuten reden, acht oder neun werden wir wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht kriegen. Ja, weil, oder kriegen können, weil sie nicht offen sind, weil sie nicht auf Suche sind, weil sie gerade anderes im Sinn haben. Ja, aber es lohnt sich an denen, wo man will, wo man sagt, hey, die möchte ich mal ins Gespräch oder an den Tisch haben. Es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich da auch, man muss, glaube ich, auch Hartnäckigkeit entwickeln ein bisschen. Ja, mit Fingerspitzengefühl. Richtig, sympathisch, hartnäckig muss man hier bleiben und sein. Das ist ganz wichtig. Das war sie auch. Muss ich auch schon bestätigen. Und, na okay, und dann Gespräch geführt. Und was war das für ein Gespräch? Hat die gesagt, überlegen Sie sich mal, wäre das was für Sie? Oder hat die dann versucht, gleich ins Geschäft zu kommen mit Ihnen? Oder wie war das so? Ja, es war ganz interessant. Ja gut, die kam dann nicht alleine. Die hat dann ihren Partner mitgebracht gehabt. Die waren dann zu zweit. Damals war ich alliiert, das hatte ich einen Freund. Der ist dann natürlich gar nicht dabei gewesen. Der ist dann extra abgehauen, weil er keine Lust drauf hatte. Also ich war alleine. Dann kamen die beiden zu mir nach Hause. Ja, ich kann mich nur erinnern, also ich war auf jeden Fall super negativ. Muss ich gleich sagen. Also ich hatte irgendwie an nichts geglaubt oder irgendwie nichts ernst genommen. Oder ich weiß, ich war einfach, ich habe diesen, die haben mir das angefangen vorzustellen und das und dieses und ich hatte immer den Haken gesucht, auf den Punkt zu bringen. Ich hatte den Haken gesucht und das mindestens sechs Stunden. Die waren sechs Stunden bei mir. Die hatte einfach ein Ziel gehabt. Ohne Unterschrift geht sie nicht. Das habe ich schon kapiert gehabt dann. Und ja, ich musste dann echt aufgehen, weil ich wirklich immer wieder nachgehakt habe. Ich habe alle Magazine, also wir haben ja auch so in unserem Partnerunternehmen erfolgreiche Magazine gehabt. Ich habe die Beamtin natürlich alles durchgelesen, zehnmal das Kleingedruckte. Ich habe ehrlich, ich habe echt die Armen, sage ich. Also ich habe die wirklich, glaube ich, fast schon genervt. Aber die haben nicht aufgegeben. Die sind echt so lange sitzen geblieben, bis ich irgendwann mal gesagt habe, okay, das war eigentlich das Produkt, was mich begeistert hat. Das war ein Duft damals und der war immer, immer besser geworden nach jeder Stunde. Und das war eigentlich der Grund, wo ich dachte, ja, ist okay, wenn nur die Hälfte stimmt, ist auch gut. Ich hatte ja nichts vor. Ich war ja zufrieden. Ich hatte ja meinen Job, ich hatte meinen Nebenjob, ich hatte da so viel zu tun. Und was ich halt da gut fand, das waren definitiv die Prozente. Schminke habe ich gebraucht in meinem Job. Parfum sowieso und so weiter. Und die Produkte haben mich einfach mehr imponiert. Und ich dachte, Mensch, 30 Prozent haben, nicht haben. Und das war der einzige Grund, warum ich überhaupt hier gelandet bin. Das war wirklich, wirklich einfach mal dieses günstige Einkaufen. Also ich höre da jetzt raus, Geld verdienen war da nicht das Thema. Es ging eh. Nicht wirklich, nein. Muss ich echt sagen, nicht wirklich. Nicht an diesem Abend. Das ist echt verrückt. Obwohl ich ja eigentlich ja auch trotzdem da auch irgendwo, ja, auch meinen Luxus ja geliebt habe. Aber es war irgendwie in dem Moment, ich konnte es mir ja gar nicht vorstellen. Ich habe echt gelacht, wo das Ganze mit den ganzen Autokonzepten kam. Und ich habe einmal gedacht, oh, schon wieder so eine Angeberfirma. Ich habe einfach es nicht glauben wollen. Keine Ahnung. Vielleicht auch ein bisschen gebranntes Kind, klar, durch meine Eltern. Irgendwie war mir das alles so, keine Ahnung. Naja, da habe ich mir gedacht. Naja, schön gut. Macht mal schön weiter, aber lasst mich in Ruhe. Wirklich, lasst mich in Ruhe. Das war auch mein Wort, mein Satz. Okay. Ich mache das. Aber am Ende hat sich ja alles positiv entwickelt. Das ist immer wieder, ich bleibe da ruhig mal ein bisschen länger dabei, weil es ja wirklich interessant ist, dann mal zurückzublicken und zu gucken, wie war das damals eigentlich? Wie habe ich gedacht, was waren meine Beweggründe und wie waren die Leute drauf, die mich da ins Geschäft gebracht haben oder die mich da überzeugt haben? Wobei es ja auch, ich erinnere mich da gerne zurück, Beamte sind, das darf mir jetzt niemand übernehmen, aber Beamte sind in der Beziehung, sind bestimmt ganz liebe, nette Menschen, aber in der Beziehung sind sie furchtbar. Weil den Beamten was zu verkaufen oder den Beamten zu überzeugen ist ja schwierig, weil die Zahlen, Daten, Fakten, Menschen sind ja so, die wollen ja gerne das Kleingedruckte lesen. Waren sie auch so ein Kümmelkernspalter? Naja, ich habe, wie gesagt, ja, natürlich. Ich war vielleicht ein bisschen eine andere Beamtin, weil ich einfach vielleicht nebenher was anderes gemacht habe, einfach vielleicht nicht die typische Beamtin, aber trotzdem, ja klar, man war ja gewohnt, so halt zu arbeiten und immer alles 100% durchzuchecken, abzuchecken und ich habe wirklich schon alles durchgelesen. Also bevor ich unterschrieben habe, habe ich alles wissen wollen, wirklich alles. Also es war schon ein bisschen, ja, ich war schon ein bisschen schlimm, sage ich mal, so im Nachhinein. Aber ich war immer nett, also ich muss ehrlich sagen, ich habe die trotzdem nett verabschiedet und irgendwie, ja, es war damals ja auch das, was ich nicht verstanden habe und ich glaube, auch heute gibt es Menschen, die es immer nicht verstehen, ja, es gab halt immer so Einstiegspakete, die man eben erstmal nehmen musste, um überhaupt mal die 30% oder irgendwelche Nachlässe zu bekommen. Das ging in meinen Kopf nicht hinein. Warum musste ich das jetzt hier machen oder unterschreiben oder das abnehmen? Da haben wir uns sehr lange drüber unterhalten, das weiß ich. Und im Nachhinein hat er mir auch versprochen, diese Investition wieder mit reinzuholen. Also er wird mir dann so lange helfen, bis die Investition natürlich drin ist. Also das war dann auch nochmal so eine Abmachung. Genau, und das hat auch dann auch funktioniert. Und das war wahrscheinlich der Grund, wo vielleicht doch mehr Begeisterung kam. Und letztendlich waren es natürlich, wie halt im Network-Marketing, wie ja immer wieder Schulen, Seminare, Seminare, Seminare. Und das war absolut mein Ding. Auf Seminaren, Errschaft im Seminar habe ich echt, da habe ich es irgendwie so einigermaßen kapiert oder da habe ich irgendwann gesehen, wow, doch gar nicht mehr so ohne. Das ist doch echt interessant. Thema Geld verdienen, ganz klar. Aber das wäre jetzt mal eine Frage von mir gewesen. Jetzt muss man natürlich sagen, ich schätze jetzt einfach mal so ein, jetzt sind Sie ja schon, also zumindest äußerlich, wenn man so guckt, schon eine richtige Karriere-Lady. Also Designer-Klamotten, immer coole Handtaschen, da Porsche hier und Hotel da und so. Also es ist einfach, ich glaube, es ist ein begehrlicher Lifestyle. Würden Sie selber als Karrierefrau jetzt, oder wann ging denn das los? Weil die meisten sind ja dann im Network-Marketing so, dass sie irgendwie sagen, Mensch, so 400, 500 Euro nebenbei, das wird ja auch immer so gesagt, es ist einfach ein guter Zufeldienst. Und die meisten kommen ja dann über diese Stufe auch leider nicht raus, dass sie sagen, ich will bis ganz nach oben durchstarten. War das schon immer in Ihnen drin oder hat Ihnen da jemand das eingepflanzt irgendwann mal auf Ihre Festplatte, wie lief das? Dass man einfach weit, also dass man nicht bei 500 Mark stehen bleiben muss, meinen Sie jetzt, oder? Ja, genau, genau. Ja, ich meine, ich hatte das schon immer, also mein Problem war, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, dass ich nebenbei einen Job hatte, ich sage einfach, ja, gemodelt. Ich meine, ich habe sehr viel zum Beispiel für die Firma Job gemacht und ich meine, wenn man natürlich eine Stunde dein Beinchen zeigt, weil die Strumpfhose dann eben angezogen wird und du eine Stunde 1.000 Mark verdienst, ist das natürlich nicht schwere Arbeit. Das habe ich, ich war da schon lange verwöhnt. Ich habe halt gutes Geld verdient, sage ich mal so, nebenbei. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum ich da jetzt beim Network Marketing das nicht sofort auch so gesehen habe. Aber Lifestyle, Luxus hatte ich schon immer geliebt. Deshalb hatte ich ja auch diesen Nebenjob. Also das war schon immer so, dass ich, ja, immer darauf Wert gelegt habe und stehe auch dazu. Ich sage immer, ich liebe Luxus. Es ist einfach meins. Manche haben halt Autos und so was. Ich habe halt Taschen, Schuhe. Das war so mein Ding. Und nee, das habe ich schon eigentlich immer gewollt und auch immer geliebt. Und eigentlich auch immer, ja, versucht mir das zu erarbeiten. Das muss ich schon sagen. Also ich habe mir das immer, also seit ich 14 bin, arbeite ich, muss man da dazu sagen. Also es hat schon vorher angefangen. Seit ich 14 bin, bin ich fleißig, weil ich einfach diese Dinge mir leisten wollte. Und eben, ja, meine Mutter, meine Vater, meine Eltern mir das einfach nicht geben konnten, weil sie selber nichts hatten. Und von daher gesehen war das schon so, dass ich das wollte und aber durch meinen Nebenjob einfach das so leicht mir verdient habe, in Anführungszeichen. Ich habe mir die Sachen ja schon vorher gehabt. Aber dieses Seminar, dieser Satz, und das war genau der Punkt, warum ich jetzt dann entschieden habe, doch hier Gas zu geben und nicht nur bei 500 Mark zu bleiben, sondern wirklich, wenn schon, denn richtig. Also so war ich immer gepflanzt. Also so bin ich, glaube ich, so. Entweder ich mache was richtig oder gar nicht. Das war schon immer so. Also das war auch vorher schon so. Ich hatte immer alles bis zum Ende gemacht. Und was mich halt bei Network Marketing begeistert hat, das war eigentlich ein einziger Satz oder zwei Sätze. Und das war mein Ding. Lieber verdiene ich ein Prozent von dem, was 100 Menschen arbeiten, als 100 Prozent von meiner eigenen Arbeit. Und da habe ich mich getroffen gefühlt, weil Schönheit vergeht. Und das war mein Problem in dem Moment. Weil ich dachte, das ist Schande. Ich bin 22. Wie lange geht es noch gut, dass ich so supertores Geld verdiene? Irgendwann bin ich out. Ist einfach so. Ja, und das Einkommen würde wegfallen. Aber mein Lifestyle, mein Lebensstandard wollte ich ja natürlich trotzdem haben. Und ich glaube, das war diese Entscheidung damals, die ich getroffen habe, wo ich gesehen habe, wow, Network Marketing ist ja wirklich verdammt viel möglich. Und vor allem eben, dass ich dann auch mein Leben lang meinen Lifestyle weiterhin genießen kann. Und das war, glaube ich, der Punkt, warum ich dann hier Gas gegeben habe. Also, wer hat den Satz gesagt? Das ist ein, Paul Getty, hieß er, glaube ich, in Amerika. Zitat oder so. Zitat, genau, Paul Getty. Liebe verdiene ich an 100 Leuten ein Prozent, als 100 Prozent an mir selber. Ja. Cool. Das war mein Ding, keine Ahnung. Und da bin ich nach Hause, das hat bei mir gerattert. Das hat bei mir gerattert, wirklich. Alles andere war toll. Und ich habe auch meinen Mentor damals zum ersten Mal kennengelernt. Ich war begeistert. Aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, was war eigentlich der Beweggrund, warum ich trotzdem, ich musste eine Entscheidung treffen, weil ich konnte ja nicht drei Jobs machen. Und das war wirklich dieser Satz. Ja, definitiv. Der hat mich bewegt. Ja, super. Also, wie ging dann der Übergang? Also, ich sage mal, Modelkarriere. Also, übrigens, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Ist übrigens sehr, sehr weitsichtig mit 22. Ja, gut, ob das jetzt stimmt oder nicht, werden wir nicht rausfinden bei Ihnen. Aber mit 22 schon zu denken, irgendwie alles ist vergänglich, muss man ein bisschen Gedanken machen, was passiert danach. Muss ja im Prinzip jeder, der mit seinem Körper auch Geld verdient. Gibt ja so viele Sportler, Leistungssportler, Leute, die irgendwelche Models, Moderatoren, es hat ja alles in einer gewissen Halbwertszeit. Und bestimmte Jobs bedürfen also bestimmten Aussehen oder Leistungsfähigkeit. Und so ab 40, 45 plus ist das tendenziell dann ja eher alles abnehmend. Und sehr, sehr weise mit 22 da schon diese Weitsicht zu haben, weil den meisten, machen wir mal so, ich habe auch einen Freund, der ist Schauspieler, der ist sehr, sehr bekannt. Und der genießt es in vollen Zügen. Der ist da letzten Endes engagiert. Viel Geld ist es nicht. Das ist so ein bisschen so eine Ego-Geschichte. Das war jeden Abend im Fernsehen, aber so richtig verdienen tut er gar nicht. Aber das ist immer so, das ist so diese Welt, das bleibt ewig so. Und die wenigsten haben das ja. Jetzt habe ich gestern Champions League geguckt. Da hieß es wieder, der Philipp Lahm hat da irgendwie sich irgendwo eingekauft in der Firma für nach seiner sportlichen Karriere. Aber die meisten denken ja gar nicht an das Danach. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Wenn ich jetzt echt so drüber nachdenke, da war ich wirklich schon echt damals sehr erwachsen. Vielleicht einfach, keine Ahnung, durch meine Eltern oder durch diese Geschichte, wo ich herkomme. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss wirklich sagen, ich war schon in meinem Alter damals wirklich viel weiter als meine Kollegen, sage ich mal, oder Kameraden oder Schulkameraden. Also da muss ich schon sagen, da war ich schon immer ein bisschen weiter. Das stimmt. Stimmt, wenn Sie mir das gerade so sagen. Vielleicht können wir da so ein bisschen die Leute sensibilisieren, die sich das Interview anhören werden. Ich weiß ja, das wird innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Male angehört werden. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der zuhört, der vielleicht selber momentan noch jung und frisch ist und wo alles cool ist. Aber ich gebe es in dem Spruch, so früher schon ein später denken, ja nicht nur, was die Finanzen betrifft. Na klar, es ist cool, das Leben zu genießen und aus dem das Beste zu machen, was man hat. Aber so ein bisschen ein, zwei Joker im Ärmel zu haben. Ja, man kann ja nebenbei anfangen, was aufzubauen. Definitiv. Die meisten suchen immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn sie ihren Job verlieren oder wenn sie irgendwo gescheitert sind, dann ist es natürlich schwer, in dem Moment irgendwie Geld zu verdienen. Aber nebenbei schon was anzufangen, was aufzubauen, das ist ja durchaus schlau. Super, also kann ich jetzt auch, jeder, der mir jetzt hier zuhört oder zuhören wird, nur empfehlen, nur empfehlen. Also wirklich, ich habe es ja hinter mir und ich bin Gott dankbar und froh und echt glücklich, dass ich damals wirklich jung, jung es echt aufgebaut habe. Auch wo ich vielleicht noch nicht die Kinder hatte, wenn jetzt auch jemand wirklich mal Familien plant und so. Also viel besser, wenn man das nebenbei, ohne Stress, weil das ist, glaube ich, der Punkt. Der Kopf muss frei sein und deswegen scheitern viele, weil die einfach den Kopf nicht frei haben, weil irgendein Problem im Nacken sitzt und das war ja bei mir Gott sei Dank nicht wirklich. Ich hatte ja absolut kopffrei für diesen Job, weil ich ja mein festes Einkommen hatte, wovon ich meine Fixkosten decken konnte. Ich denke schon, dass es auch ein Mitgrund ist, warum ich es geschafft habe oder gepackt habe. Deswegen rate ich es. Also das muss ich jetzt wiederum mal bestätigen. Ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ist, Geld verdienen zu müssen mit Vertrieb oder Network Marketing. Mittlerweile, wir haben ja früher, unser Ziel war immer, die Leute so schnell wie möglich in eine Hauptberuflichkeit zu bringen. Da bin ich auch ehrlich und das würde ich heute ganz anders machen, weil, naja, eine gute finanzielle Einnahmequelle und Zwang und Drucklos nebenbei was aufzubauen ist cool, weil dann kann man sich nämlich für die Sache begeistern oder für das Thema und dann hat man nicht so diesen Druck, Geld damit verdienen zu müssen. Die Leute spüren das ja auch in den Gesprächen, glaube ich. Richtig, richtig, richtig. Kann ich auch tausend Prozent bestätigen. Ist so. Man spürt Druckerzeug, Gegendruck und das spüren die Leute definitiv. Ja, klasse. Machen wir mal den nächsten Step. Also Seminar, dann gab es so ein bisschen eine Erkenntnis, hey, lieber ein Prozent an 100 Leuten als 100 Prozent von mir selber und wie ging es denn dann los zu den ersten 100 Leuten? Wie sind Sie denn zu denen gekommen? Was war denn die Strategie? Jede Firma hat ja bestimmte Arbeitsweisen. Wie war das so bei euch? Ja, genau das Gleiche. Ich bin einfach sehr einfach strukturiert. Also ich muss wirklich sagen, das versuche ich auch meinen Leuten beizubringen, einfach mal eins zu eins zu übernehmen. Also ich war easy. Also ich habe dann einfach, wo ich mich da eben entschieden habe, habe ich einfach dann geguckt, okay, was ist unsere Formel zum Erfolg, was habe ich zu tun und da habe ich einfach, ja, das Übliche, wirklich meine Namensliste geschrieben und natürlich die ersten Kontakte waren natürlich meine Warmkontakte, definitiv. Also ich meine, ich bin ja Fremdkontaktgänger, aber zuerst habe ich natürlich schon mein warmes Umfeld abgearbeitet, sage ich mal. Also ich habe die alle kontaktiert und ja, habe dann versucht, mit denen Kaffee zu trinken und versucht, mein Geschäft eben denen zu zeigen, zu erklären und die als Partner zu gewinnen. Das war schon dann, da habe ich wirklich jeden Tag absolut, also da, ich hatte wirklich bis, also ich habe ja im Januar, sagen wir mal, bin ich ja angefangen, 99, bis das Ganze losging, war es vielleicht März oder so, keine Ahnung, März, April. Also bis Ende 99 hatte ich absolut wirklich drei Jobs, das muss ich sagen. Ich habe drei Jobs gehabt, meinen Hauptjob, meinen Nebenjob, weil da war ich verpflichtet, da habe ich ja dafür unterschreiben müssen, dass ich ein Jahr Deutschland vertrete, weltweit als Miss Germany Europe und ich hatte LR und irgendwie habe ich es gepackt. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es trotzdem geschafft, keine Ahnung. Ich war natürlich am Ende des Jahres platt und da musste ich eine Entscheidung treffen, die ich ja jetzt heute auch nicht bereue. Ich musste einen Zweig ablegen, aber eigentlich bis Ende des Jahres habe ich wirklich alles gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es echt gepackt. Aber ich habe wirklich meine Leute zu Terminen gewonnen. Ich war sehr bekannt für dieses Sponsoring, also ich habe sehr viele Leute rekrutiert, also ich hatte pro Monat Einstiege mindestens so zwischen acht bis zehn neue Partner. Wow, direkte, direkte? Ja, direkte, direkte. Moment, das muss ich mal aufschreiben, das müssen wir wiederholen, das müssen wir in Stein meißeln. Oh mein Gott. Acht bis zehn, nur mal für alle zum Mitschreiben, acht bis zehn. Und über welchen Zeitraum? Ich habe eigentlich jahrelang so gearbeitet, muss ich ja sagen. Also ich hatte echt sehr viele Monate, acht bis zehn, das war für mich normal, also in Anführungszeichen wirklich normal. Also ich war da super fleißig, mega fleißig, absolut. Also ich weiß nicht, also gerade die Warmkontakte waren für mich, aber überhaupt kein Problem. Also da sind wirklich super viele, also ich sage mal eine Quote fast echt am Anfang von 90 Prozent. Also das muss ich echt bestätigen. Ich war auch immer in Top-Listen dabei, Top-Sponsor. Ich weiß auch, obwohl wir uns nicht kennen, wo das herkommt. Okay. Weil das hat ja einfach, also letzten Endes hat das was, also ich glaube, es gibt drei Sachen. Erstens mal war da vielleicht eine gute Reputation da im persönlichen Umfeld, also man hat sie wahrscheinlich gemocht. Punkt Nummer zwei, jetzt waren sie noch fleißig dazu. Und das sind einfach so die Dinge, ich kriege ja auch immer die Fragen gestellt, wie schafft man das mal mehrere Leute gleichzeitig ins Geschäft zu bringen? Ich sage dann immer, wenn nichts mehr hilft, hilft Arbeit, ja? Richtig. Also man muss natürlich auch, ich höre das so raus über Kaffee trinken, das hört sich jetzt so easy an, aber das waren wahrscheinlich dann einige Kaffee teilweise. Das waren einige Kaffees, ja. Das waren einige Kaffees, aber ich war immer, ja, ich weiß nicht, ich war da einfach easy. Ja, ich habe wirklich einfach, weil ich, ja, gemacht getan. Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, was ich ja immer wieder bei meinen Partnern raushöre. Immer dieser Kopf, der ist immer der Haken oder dieser, der, man stellt sich ja selber im Wege. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe wirklich den Hörer in die Hand genommen. Bei meinen ganzen, nein, also bei Freundinnen, natürlich habe ich das ja irgendwo von der Schulung gehabt, so dieses, ne, ruf einfach an. Ich habe dann einfach nur gefragt, hey, wie sieht es aus, soll man wieder mal einen Kaffee trinken? Ja, klar. Haben die Leute gewusst, also das wäre jetzt mal interessant für mich, das ist zum Beispiel eine Frage, die ich auch von Kunden gestellt kriege. Also die rufen immer an, wollen wir wieder mal Kaffee trinken und dann haben die natürlich während dieses Kaffee trinkens dann den zwanghaften Drang, das Geschäft vorzustellen. Und dann gehen diese Kaffee trinken meistens so ein bisschen in die Hose, weil derjenige natürlich denkt, es geht um den Kaffee und dann wird noch irgendwas ausgepackt oder gezeigt. Gibt es da einen Tipp oder haben Sie es einfach einfließen lassen oder haben Sie schon gesagt, hey, ich habe auch noch was, was ich by the way zeigen möchte oder wie lief das? Ja, ich hatte da ja einen guten Trick in Anführungszeichen, ich habe das immer so gelöst, ich habe wirklich tatsächlich eben angerufen, ob sie Lust hat, wieder Kaffee mit mir zu trinken. Und bevor ich aufgelegt habe, habe ich einfach nur dazu gesagt, du übrigens, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Ah, okay. Und wenn ich jetzt fragen würde, okay, was ist das für eine Überraschung? Eine Überraschung ist eine Überraschung, lass dich einfach mal überraschen. Also da hat auch keiner komischerweise gefragt. Also ich habe eigentlich, glaube ich, das hat ja immer so geheißt, man soll ja nur Neugierde am Telefon wecken, damit die Person ja wirklich es kaum erwarten kann, mich zu treffen. Und das habe ich damit echt erreicht. Das hat keiner gefragt, wirklich keiner. Ich habe nur gesagt, übrigens, ich habe nur eine Überraschung. Und dann war das echt so, die konnten es ja kaum erwarten, am besten morgen gleich oder am besten sofort abends mit mir einen Termin machen wollen, damit sie erfahren, was jetzt wieder die Helena hier im Schilde führt. Ja, natürlich, die haben ja an alles gedacht, aber nicht an diesen Job. Also ich meine, die haben in Sicherheit sich dann Gedanken gemacht, habe ich jetzt einen neuen Freund oder habe ich sonst noch was? Aber mit Sicherheit, keiner wäre auf die Idee gekommen, dass ich jetzt so mit so einem Geschäft antanze. Und mein Gott, die Überraschung war ja schon der Koffer, den ich da mitgeschleppt hatte. Und das ist das Interessante, das ist wirklich so, weil die ja so unbefangen waren, weil die ja keine Zeit hatten, sich Gedanken drüber zu machen. Zu 99 Prozent sind sie bei mir alle eingestiegen. Ich habe übrigens ein tolles Sponsorkonzept für Sie, Frau Löwenstein. Okay. Weil ich habe jetzt gehört, Miss Germany Europe sind sie gewesen. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist ja geil. Was ich jetzt machen würde, ich würde mir jetzt eine Liste rauslassen, welche Misses es gegeben hat, jemals in Deutschland. Da gibt es ja viele Kategorien. Da würde ich die alle suchen bei Facebook, Sing oder Wikipedia. Die würde ich alle rausfinden. Und da würde ich mich darauf spezialisieren, Misses zu sponsern. Ja, das habe ich auch damals gemacht. Ich meine, deswegen hatte ich ein sauleichtes Spiel geklappt. Wenn ich als Miss Germany Europe in die Jury gekommen bin und saß da und habe die Mädels natürlich bewertet. Und am Schluss natürlich, die haben mich ja angeschaut, wie sonst noch was. Ich war ja für die ja Gott sozusagen. Und wenn ich dann natürlich in die Kabinen gegangen bin, da habe ich natürlich, klar, von allen die Nummern bekommen. Das war überhaupt nicht schwierig. Das war natürlich schon auch mit natürlich vielleicht ein Vorteil damals. Da muss ich kurz einhaken. Was sagen Sie denn jetzt Leuten? Also, Sie sind so ein bisschen Miss Glamour Girl gewesen. Oder auch heute noch. Versucht sein Bestes. Nein, das ist einfach, jetzt liegt natürlich der Gedanke nahe, dass jemand sagt, du hast ja immer leicht gehabt. Also, du sahst gut aus, du hast schon gut Geld verdient, hast es nicht nötig gehabt, hast einen Haufen Leute gekannt. Aber ich, ja, ich bin jetzt zum Beispiel Lieschen Schmidt mit zwei Kindern zu Hause und wohne auf dem Dorf. Und jetzt kommen Sie, was würden Sie jetzt sagen? Ja, das ist ja genau das, man meint, es war leicht. Es war aber nicht immer leicht, weil da auch natürlich sehr viel Neid in diesem Milieu natürlich auch eine Rolle spielt. Und manche waren natürlich dann so, dass sie es ja weder mal nicht gegönnt haben. Also, so einfach war es ja gar nicht. Ich habe sogar, am Anfang war es easy, aber mit den jungen Girls, das wollte ich noch zu Ende sagen, bin ich nicht weitergekommen. Die sind zwar alle begeistert eingestiegen, wahrscheinlich wegen mir, aber da hat keiner weitergemacht. Bis dann irgendwann mal ein Anruf kam von meinem Mentor und der sagte so ungefähr, schau mal zu, dass mal dein Alter hochgeschraubt wird. Also, nicht nur 20-Jährige und 18-Jährige, sondern schau zu, wenn du weit kommen magst, dass du auch mal das Alter nach oben schraubst. Und ja, und dann musste ich ja auch gucken, dass ich auch etwas älterer Menschen gewinne. Und die habe ich natürlich dann nicht in diesem Milieu gewinnen können. Und deshalb, von wegen, dann bin ich natürlich raus und habe dann Fremdkontakte ja natürlich gemacht mit diesen ganzen anderen. Und da war ich bei vielen natürlich immer so das Püppchen. Also, ich hatte es nicht einfach, muss ich schon sagen. Also, von daher gesehen, das hört sich vielleicht einfach an. Aber es war im Gegenteil, manchmal sogar fast schwerer. Ja, man denkt das immer, also deswegen habe ich die Frage gestellt, es treten dann Probleme auf, an die manche andere Leute gar nicht denken würden. Ja, richtig, ganz genau. Man, echt, ist einfach so. Also, man wird entweder dann jeder nicht ernst genommen, weil man einfach so ein Püppchen war oder eben an, ja, der Neid natürlich. Also, es sind viele Faktoren zusammengespielt, wo man einfach das, glaube ich, sogar fast schwerer hatte damals. Und ich habe das teilweise auch wirklich verheimlichen wollen, damit es keiner gewusst hat, dass ich eben Miss sowieso war. Ich habe das nie nach außen hin irgendwie so mich geoutet oder das genutzt, im Gegenteil, weil das war eigentlich für mich fast ein Nachteil als ein Vorteil, wirklich. Also, von daher muss man das schon ganz anders sehen, weil einfach mal, einfach andere Probleme wirklich da waren, die die anderen gar nicht kennen können, weil sie einfach nicht aus dem Bereich kommen, genau. Okay, vielleicht mal noch ein bisschen was zu den Zahlen, wenn Sie da drüber reden könnten oder wann waren denn die ersten oder ich sage jetzt mal, wir haben ja vorhin von diesen 100 Leuten gesprochen. Wann waren die da? Kann man das so ein bisschen beziffern? Und wie viele Leute sind es jetzt in der Orga? Haben Sie da einen Überblick? Plus, dass die Leute mal ein Gefühl dafür entwickeln, was sich da auch entwickeln kann? Klar, mehrere tausend. Also, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich denke mal, keine Ahnung, gemeldet. Also, registrierte, gut, mittlerweile fielen ja auch wieder weg, aber auch mehrere tausende, 60, 70, 80.000, keine Ahnung, mittlerweile, die gemeldet sind. Natürlich weiß man es ja, klar, es ist ja wie überall, nur der 10% von denen sind dann natürlich die Superguten und die Superaktiven, von denen hat man ja auch was. Das ist ja auch vollkommen normal, dieses Pareto-Prinzip funktioniert ja auch hier ganz gut. Aber, ja, die 100, die ersten 100, ja, wenn man so überlegt, waren natürlich sehr schnell da bei der Quote, die ich natürlich hatte. Das ging dann ratzfatz. Also, ich bin auch sehr schnell in diese höchste Stufe reingekommen, an die ich ja nie geglaubt habe. Das ist 21% nennt sich das bei euch. Ja, genau, das ist die 21% und ich habe da echt gesagt, oh mein Gott. Und die hatte ich ja wirklich, was ich jetzt mal Ausland weggerechnet, eingestiegen in 10 Wochen. Wow. Das ist natürlich auch von der Vorbildwirkung cool, wenn man das vorweisen kann. Dann hat man natürlich auch bei den neuen Leuten kann man immer sagen, hey, ich habe das in 10 Wochen gemacht. Haben Sie Leute, die das schneller gemacht haben bei Ihnen in der Orga? Ja, in Russland definitiv. Sehr viele. Wow. Sehr viele, ja, ja, auf jeden Fall. Also, es gab ein paar, nicht viele, aber es gibt auch manche, die es auch schneller geschafft haben als ich. Genau. Also, jetzt in der heutigen Zeit. Klar, darf ich nicht vergleichen, die Technik heute und gestern. Also, wie jetzt zum Beispiel so. Die Geschichten hier, ich sitze hier, sie sitzen in München und man spricht und kommuniziert. Das gab es ja vor 17 Jahren alles nicht, ne? Deshalb finde ich ja das ja auch sehr schön heutzutage, von wegen hier alles an. Ihr hattet Glück gehabt vor 17 Jahren, so ungefähr, hört man ja auch immer wieder. Von wegen, das ist gar nicht wahr. Da würde ich gerne nochmal drüber reden wollen. In 17 Jahren hat man ja einiges erlebt. Also, eigentlich haben sie ja total old school angefangen. Ja, kann man wirklich laut sagen, definitiv. Und jetzt auf einmal Russland, Europa, Skype, sie arbeiten über Webinare. Das interessiert mich jetzt mal. Hey, machen Sie in Russland auch Direktkontakte? Habe ich, also ich mache alles, ich muss es machen. Also, ich bin ja so eingestellt, ich kann ja niemandem was weitergeben, ohne zu wissen, ob das funktioniert. Und deshalb war es für mich ganz wichtig, wo ich dann das erste Mal in Moskau war, da bin ich echt auf die Straße. Ich wollte ja wissen, ob es hier auch funktioniert, die Fremdkontakte. Wunderbar. Wunderbar. Besser als in Deutschland, kann ich Ihnen sagen. Natürlich, was nachher dabei rauskommt, ist was anderes. Aber easy, absolut easy. Das heißt dann, Dobry Dien. Können Sie das mal auf Russisch sagen? Hallo, Sie sind mir gerade positiv aufgefallen. Der Grund, warum ich Sie anspreche, ich bin Unternehmerin hier und wir machen was Neues. Können Sie das mal auf Russisch sagen? Oh Gott. Wollen Sie das wirklich hören? Na gut, kann ich machen. Geht da was? Ja, klar. Ja, bitte. Извините, пожалуйста, можно вас кое-что спросить? У меня просто вот сейчас, я вас увидала, вы просто такой, скажем, для меня открытый человек. Я вот сама просто приехала из Германии и вот работаю с немецкой компанией, которая сейчас открывает у вас филиал. И вот я ищу просто серьезных, таких симпатичных людей, как вы. Вопрос к вам, можно ли вот просто вас спросить, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Okay. Okay. Genau. Ich übersetze. Hallo, Sie sind mir gerade positiv aufgefallen. Der Grund, warum ich Sie anspreche, ich arbeite für ein großes deutsches Unternehmen im Schönheitsbereich und wir sind derzeit dabei, neue Filialen hier zu eröffnen. Wir suchen noch sympathische Personen, die Lust haben, Karriere zu machen, was dazu zu verdienen. Richtig, sowas in der Art, ja genau. Ja, sauber. Rizsant, oder? Dass der Spruch auch in Russland funktioniert, ich finde das sehr cool. Das war mir wichtig, das wollte ich rauskriegen, weil ich kann ja nicht den Leuten sagen, macht Bremskontakte und die gehen vielleicht gar nicht und das war mir ganz wichtig. Also, das sollte schon Hand und Fuß haben. Ja, super, super. Das ist übrigens immer meine Einstellung gewesen. Ich immer besser sein als der Beste, weil dann kann ja keiner was anderes erzählen. Das ist immer ganz wichtig. Immer, immer einer, immer einen mehr als die anderen. Ja, ganz klar. Ja, und dann hat man, eben, da kann auch keiner jammern und kann auch keiner kommen und sagen, es geht nicht, es funktioniert nicht, sondern kann ich sagen, tu, pass auf, schau mal, hier. Ich habe es ja auch getan. Da bin ich, da bin ich, da bin ich, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, das mache ich sonst eigentlich nicht. Mit Ihnen hätte ich mal Lust, mit Ihnen hätte ich Lust mal einen richtigen Kontakttag zu machen in Moskau. Oder, das wäre heftig. Ich glaube, wenn wir zusammen unterwegs wären, da würde richtig der Wald brennen, glaube ich. Da würde der Wald brennen, das kann ich mir aber auch wirklich vorstellen mit Ihnen. Meine Fresse. Ja, herrlich, super. Und einfach mal von der Entwicklung, Thema Network Marketing. Da bin ich hierher gekommen, old school, vor 17 Jahren, heute internationaler Lifestyle. Was sagen Sie zu der Entwicklung? Man sagt ja immer so, Mensch, Network Marketing ist die Zukunftsbranche und es wird immer besser. Ist das wirklich so oder sind das nur Phrasen, die da getroschen werden? Also ich bin der Meinung, dass es wirklich so ist, also dass es wirklich sich absolut viel getan hat. Absolut. Also wenn ich überlege, natürlich gibt es immer noch die, die wird es immer geben, die immer noch wie im alten Trichter sind. Aber ich finde, da tut sich einiges. Absolut, muss ich schon sagen. Das sind Welten dazwischen. Also heute ist halt wirklich Network Marketing, ja, viele kennen das oder zumindest was haben davon gehört. Es entwickelt sich wirklich zum Positiven. Also ich bin der Meinung, das ist wirklich absolut die Zukunft. Und wie viele Firmen gehen diesen Weg oder steigen da jetzt um und gehen wirklich diesen Empfehlungsmarketing Weg. Und da haben sie erkannt, dass es ja schon absolut, ja, der Beste ist, sage ich mal, in meinen Augen. Ja gut, ich glaube, es relativiert sich. Vor 40 Jahren gab es drei oder vier Firmen, die da was gemacht haben. Und die Skepsis war einfach größer. Heute gibt es 400 Firmen und die Leute haben es nicht. Es ist halt auch immer so, wie ich es drehe. Ich könnte sagen, niemand hat noch was davon gehört, ist ein Vorteil. Und heute könnte man sagen, jeder kennt es schon, ist auch ein Vorteil. Es ist bloß die Frage noch, wo er einsteigt. Genau. Aber am Großen finde ich das eine absolut tolle Entwicklung. Also es wird immer mehr und ich sehe es ja, die ganzen Länder eben, wie gesagt, Russland weit voran, Amerika, Japan, die sind ja schon viel, viel weiter. Und das sagt ja schon alles, also vieles, dass es absolut so der Trend dahin geht. Durch dieses Russland-Geschäft gab es das schon immer, aber ihr seid ja, glaube ich, erst drei oder vier Jahre in Russland. Seit fünf Jahren. Wir haben jetzt dieses Jahr, feiern wir Jubiläum, fünf Jahre. Genau. Wenn ich jetzt mal rechne, also einfach vom Zuhören, also wenn Russland die stärkste Struktur ist, glaube ich so, die Hälfte vom Geschäft oder so, dann bedeutet das, in den letzten fünf Jahren hat sich das Geschäft verdoppelt von Ihnen durch den Auslandsmarkt, oder? Ganz genau. Cool. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Ist so. Das ist ja abgefahren. Wo ist das Hauptengagement dann, oder wo sehen Sie dann die Zukunft? Überall, oder eher Russland, oder deutschsprachig? Ja, ich meine, eigentlich ja, überall, ich sage mal, Tendenz steigernd. Also auch Deutschland hat ja auch wieder zugelegt, muss ich schon sagen, war ja zeitlang auch so ein bisschen, wo die Leute, glaube ich, ein bisschen bequemer geworden sind, aber nee, läuft jetzt wieder super. Aber ich denke mal, überall wird das, ich denke schon, dass es steigen wird, definitiv. Die Leute haben in Deutschland noch geglaubt, bis vor kurzem, die Rente ist sicher, weil der Robert das gesagt hat. Aber jetzt sagen ja Leute schon, die Rente ist nicht mehr sicher. Ja, selbst die Riester-Rente gilt als geschehen. Ja, Wahnsinn. Vorgestern, toller Bericht, wo ich gesagt habe, Mensch, den Bericht muss ich mir sofort im YouTube mal anschauen und finden, meinen Partnern auf dem Seminar mal zeigen, für die ganz Letzten, die noch schlafen. Das ist das absolut Fakt, was wir erzählen. Ich meine, das ist ja der Grund, warum ich Network Marketing betreibe, genau aus diesem Grund, weil ich will nicht irgendwann mal leben und nicht irgendwie mich auf etwas, auf jemanden verlassen, sondern ich kann das echt in die Hand nehmen und jetzt steuern, damit ich überhaupt in diese Probleme gar nicht komme. Das ist für mich Network Marketing. Das ist ja das Leben verändern, das Positive und nicht nur das Produkt. Ich habe ja verstanden, dass Produkt nur Mittel zum Zweck ist. Das habe ich irgendwann mal kapiert. Naja, gut. Ich sage mal jetzt mal, Sie haben es damals auch gebraucht, dass Sie es günstiger gekriegt haben, war noch ein Vorteil. Genau, na klar. Die Masse natürlich geht über Produkt wahrscheinlich am Anfang. Wie soll man sagen? Ich sage halt immer, Network Marketing oder Vertrieb ist halt ein Vehikel. Ich kann Leuten dabei helfen, ein alternatives Rentenkonto aufzubauen. Ich kann Selbstständigen helfen, ein Existenzsicherungsmodell zu installieren. Ich kann einem Sportler helfen, ein betriebswirtschaftliches Anschlusskonzept nach der sportlichen Karriere kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, das, worüber sich die meisten gar nicht so bewusst sind. Deswegen ist es wichtig, dass man mal da jemanden wie Sie da auch reden hört zu solchen Sachen. Sehr, sehr schön. Ja, cool. Wie ist das? Vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Was würden Sie den Leuten, die dir jetzt zuhören, draußen mit auf den Weg geben? Also ich sage, es gibt ja viele, die gerade sich orientieren, viele, die gerade anfangen. Auch da können wir offen drüber reden. Man muss ja jeden Tag auch, ja, es ist ja nicht immer nur alles positiv. Was sind so Ihre Erfolgsmaxime? Oder wenn Sie jetzt ein Meeting halten für Ihre Organisation, was sagen Sie den Leuten? Was sind die Steps? Was sollte man tun? Wie sollte man denken? Was sind die Erfolgsfaktoren? Ja, klar. Also für die, die jetzt natürlich ganz am Anfang sind, also ich meine schon mal, auf jeden Fall mal beglückwünschen, dass wir überhaupt mal die Chance bekommen haben. Ich denke mal, heutzutage ist immer noch so, dass viele, viele diese Chance noch gar nicht bekommen haben. Ich bin einmal angesprochen worden in 17 Jahren, nie mehr wieder danach. Echt nicht? Ja, nie mehr wieder. Wahnsinn. Wirklich. Nie mehr wieder. Und ich war ja wirklich, oder ich bin viel unterwegs, viel draußen. Es ist verrückt. Und nicht jeder kennt ja mich oder weiß, aha, die ist ja schon bei Network Marketing Unternehmen tätig. Nie mehr wieder. Und das ist für mich schon der Beweis. Wahnsinnige Chance hatte ich. Glück hatte ich damals, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Und das ist schon mal für viele, wo ich sage mal, wenn ihr die Chance schon mal habt, Mensch, seid glücklich, schätzt euch glücklich. Und natürlich ganz wichtig, ich glaube, das Allerwichtigste ist natürlich Einstellung. Ich denke mal, das ist immer diese Frage. Viele wollen immer gleich loslegen, wie mache ich was? Aber ich denke mal, das Wie bringt gar nichts, wenn ich nicht weiß, warum ich überhaupt jetzt mich dazu entschlossen habe, es zu tun. Also ich denke mal, das ist so wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen. Was ist überhaupt das Ziel? Was will ich damit erreichen? Ich finde das ganz, ganz wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen. Da muss man sich irgendwie bewusst sein, was Sie ja schon gesagt haben, es ist nicht immer einfach sein wird. Es ist ganz klar, man muss wirklich mit, ja, einfach harte Arbeit. Ich sage immer, net work, das sagt es ja schon, nicht net play, net sleep, net was weiß ich, game, heißt ja work und work ist für mich arbeiten, dass man sich einfach bewusst ist, man muss hier was tun und dann auf jeden Fall Regelmäßigkeit, finde, was wichtig ist, der Glaube an sich selber. Das ist so wichtig, das ist Wahnsinn. Viele, viele meinen immer eben, die und die und der und nur ich nicht. Und das ist ganz wichtig am Anfang, glaube ich, diese Einstellung, wissen, warum man es machen möchte, sich irgendwas finden, was man sich anhalten kann, positive Einstellung, eben Glaube an sich und natürlich durchhalten, 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 wirklich einfach vielleicht am Anfang nicht zu viel erwarten und einfach dranbleiben. Diese Regelmäßigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Das würde ich den Leuten auf den Weg geben am Anfang, dass man einfach dranbleibt und einfach mal von eins zu eins sich jemanden findet, vielleicht einen tollen Mentor, wo man weiß, okay, der hat es gepackt, den finde ich sympathisch und da vielleicht mal ein bisschen mal guckt und ein bisschen was abschaut. Und einfach mal das tut, was das Unternehmen halt eben, für was man arbeitet, einfach vorgibt. Es gibt ja mit Sicherheit in jedem Unternehmen Erfolgsgeschichten, die sind ja schon gelebt worden. Ich sage immer, man hat ja schon, den Weg sind ja schon viele gegangen. Ich muss ja nur einfach in diese Fußstapfen einfach rein und fertig, nachmachen. Absolut. Mehr ist es doch gar nicht eigentlich. Schönes Statement. Das ist übrigens auch genau der Grund, warum wir diese Interviews machen, weil ich kann mich erinnern, bei mir selber waren es immer die Geschichten der Erfolgreichen. Ich lese auch heute noch sehr, sehr gerne Biografien und ich weiß, also auch mit dem Interview werden wir wieder unheimlich viele Leute erreichen, werden wir unheimlich vielen Leuten Mut machen, werden wir den Leuten auch Kraft geben und ich weiß, da war wieder so viel drin, auch an Input, an Know-how, dass sich da sehr, sehr viele wieder was rausziehen können und auch rausziehen werden. Also, ich sage mal an der Stelle, tolles Vorbild, tolles Beispiel, eine super Karriere gemacht und immer noch auf einem tollen Weg. Hat mich sehr gefreut, Frau Löwenstein, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich selber bin inspiriert, habe auch wieder viel gelernt und ich sage einfach mal danke für die Zeit und bis irgendwann vielleicht mal persönlich. Ja, vielen, vielen Dank auch an Sie, dass Sie mir die Chance gegeben haben und natürlich an die Zuhörer. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte jetzt auch wieder einen oder anderen bewegen und ja, danke, dass die sich auch die Zeit genommen haben und einfach mal zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Dann vielleicht mal wirklich bis auf persönlich. Danke Ihnen. Dann sage ich, sievo, karo, sievo. Also, bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.